Die vielen Wirkungen guter Gespräche. Ich hätte auch den Titel nehmen können, die vielen Wirkungen von Gesprächen. Aber ich betone hier mal die vielen Wirkungen von guten Gesprächen. Also von Gesprächen, die wir mit anderen Menschen haben, die wir vielleicht auch mit uns selbst haben, in Form eines Selbstgespräches. Aber mit der Tönung gut, das ist gut, im Sinne von, das ist konstruktiv. Es gibt auch viele andere Gespräche, die vielleicht nicht gut sind und dann irgendwann mal gut werden. Oder aus dem Nicht-Guten das Gute schöpfen, das sind alles Möglichkeiten. Aber ich meine hier ganz exemplarisch diese guten Gespräche, diese konstruktiv empfindbaren Gespräche, die wir als Menschen haben können. Welche Inhalte haben gute Gespräche in dem Sinne? Es sind einmal natürlich ein Kennenlernen. Wir lernen uns kennen. Wir lernen andere Menschen kennen. Wir lernen uns dadurch auch selber besser kennen. In unseren Reaktionen, in unseren Absichten, in unseren Formulierungen, in unseren Äußerungen und all dem, in der Argumentationsfähigkeit. Aber es ist ein Kennenlernen in eine Gemeinsamkeit. Wir durchdringen uns in Gesprächen, wenn wir miteinander reden und sprechen, in unserer Gemeinsamkeit. Und dieses Durchdringen und damit Begegnen ist etwas sehr Vielfältiges. Wir nehmen Emotionales wahr. Wir nehmen Geistiges wahr. Wir nehmen Kognitives wahr. Wir nehmen also unterschiedliche Möglichkeiten menschlicher Begegnung wahr und sind darin und sind darin verbunden und sind eben in den sprechenden Äußerungen und damit gedanklichen Äußerungen. Eine starke Verbindung, die stattfindet. Ein starkes, starkes Kennenlernen. Bevor wir mit einem Menschen etwas sehr Nahes und Intimes tun und zu tun überhaupt vielleicht auch in der Lage sind, also im umfassenderen Sinne in der Lage sind, müssen wir ihm sprechend begegnen. Haben wir zumindest einen Austauschen, guten Tag und Hallo und schwadronieren oder etwas Unverbindliches, vielleicht sogar Klischeehaftes als Voraussetzung dafür, dass wir diesen Menschen auf einer tieferen Ebene begegnen können. Das ist also immer der Eingang. Das Gespräch ist der Eingang. Das Gespräch ist das Drumherum, was wir sonst noch als Menschen miteinander tun. Es ist sehr wichtig, dass wir eine Sprache haben und uns in der Sprache begegnen. Also es ist damit eben im Gesprächsinhalt das Eigene und das Andere. Wer bin ich und wer ist der andere Mensch? Wie wirkt der andere Mensch auf mich und wie wirke ich auf ihn oder auf sie? So ein gegenseitiges Aufeinanderbeziehen, ein Bezug, der entsteht und der eben geäußert wird in dieser Symbolik Sprache. In dieser Metaphorik, in dieser Narration, also Erzählung dessen, was wir da gerade tun, wenn wir sprechen und wenn wir Gespräche haben. Sich ausdrücken vor dem anderen Menschen ist ja immer wieder eine Herausforderung. Wir sind ja in unserer Ausdrucksfähigkeit potenziell, sagen wir mal, bildbar. Also unsere Ausdrucksfähigkeit findet sich immer wieder von Neuem. Sie schöpft immer wieder, sie kreiert immer wieder etwas Neues, obwohl natürlich ein Sprachgebrauch da ist und vielleicht bestimmt ist durch das Vokabular oder die Satzbildung und all das. Aber es ist immer wieder das Ausdruckspotenzial vor dem anderen Menschen. Und das ist ja nicht nur das Sprachliche an sich, sondern die Sprache transportiert ja etwas sehr Subtiles und sehr Vielfältiges, das wir eben sind oder das eben andere Menschen sind. Gespräche sind natürlich sehr stark inspirierend. Ich habe gerade ein Audio gemacht über diesen Begriff Inspiration. Und Inspiration ist immer eine Erweiterung, eine Weitung, ein Einfall, eine Plötzlichkeit, eine starke Erkenntnis, die eindringt, eine Idee. Und damit sind Gespräche Assoziationen. Also diese vielfältigen Verknüpfungsmöglichkeiten, die wir durch den sprachlichen und damit den denkenden Ausdruck haben. Etwas assoziiert sich. Es strickt sich zusammen. Es findet zusammen. Es fügt sich. Es geht die eine Strecke und dann biegt es vielleicht nach links ab in eine andere Richtung. Und dann scheint es so zu sein, dass es dieser neuen Richtung länger folgt. Aber das ist nicht so. Dann kommt plötzlich eine andere Assoziation, eine andere Idee, eine andere Möglichkeit, ein anderes Potenzial, eine andere Wahrnehmungsnuance und schon passiert wieder was anderes. Also die Vielfältigkeit und damit auch gewissermaßen die Unberechenbarkeit von Assoziativen. Das ist nicht berechenbar. Und die eigentliche Assoziation in den Gesprächen lebt tatsächlich von dem Spontanen und damit dem Kreativen. Und damit führt natürlich Sprechen, Sprache, Austausch zu vielfältigen Denkanstößen und Möglichkeiten. Zu Argumentationsfähigkeiten, natürlich zu Informationsmöglichkeiten. Ich werde informiert, ich informiere andere Menschen. Und natürlich auch zur Referenz für das eigene. Wer bin ich und wer ist der andere Mensch? Wer sind die anderen Menschen und wer bin ich? Und es hat vielfältige Effekte. Daraus resultiert dann natürlich eine Entscheidungsfähigkeit. Daraus entsteht eine Kompetenz. Daraus entstehen Handlungsperspektiven und Handlungsmöglichkeiten, die uns dann in unserem Leben, in unserem Alltag leiten für das, was wir tun. Gespräche führen zur Klarheit und immer wieder zur Klärung und damit auch zur Konfrontation, zu Angenehmen genauso wie zu Unangenehmen und damit eben auch zu einer Diskursfähigkeit. Ich kann mich auseinandersetzen, ich kann mich beweisen, ich kann mich zeigen, ich kann mich ausdrücken. Im Sprachpotenzial, wie gesagt, dahinter steckt natürlich noch viel, viel anderes. Der eigentliche Kern und damit auch das Seelische, das mich ausmacht letztendlich, das Beseelte, das dadurch transportiert wird. Oder ist es umgekehrt, dass das Beseelte eigentlich die Sprache transportiert, würde ich sagen, dass es eher so rum ist. Persönlichkeiten, die im Sprechen sprechend aufeinander wirken. Und dadurch wird vieles geschöpft, vieles ist möglich, vieles ist offen und nicht, wie gesagt, vorherbestimmbar oder von vornherein antizipierbar, sondern es wird immer wieder neu geschöpft, damit es ist Sprechen, Miteinanderreden, ein Schöpfungsakt. Vielleicht in seiner Regelmäßigkeit, wenn diese Gespräche öfter stattfinden oder wiederkehrend stattfinden. Immer wieder auch diese zentrale Frage, wer bin ich in der Wahrnehmung anderer Menschen? Was geschieht dadurch? Ich bin ja in Wirklichkeit noch mehr als das nur Ausgesprochene oder das durch die Sprache Wahrgenommene. Wie gesagt, es ist sehr subtil und sehr vielfältig im Prinzip. Aber die Sprache ist immerhin eine Annäherung, eine tatsächlich jetzt kognitive Annäherung oder eine Ausdrucksannäherung, eine symbolisierende, erzählende Annäherung an das, was eigentlich ist. Ich betone, es ist eine Annäherung und nicht das an sich, weil wir verwechseln oft das sprachlich Ausgedrückte, das Miteinander sprachlich Ausgedrückte mit dem, was wir eigentlich sind. Und damit ist es auch so etwas wie die Gruppe und ich. Wenn ich spreche mit Menschen in einer Gruppe, dann ist es einerseits die Gruppe, die ich wahrnehme, und andererseits eben bin ich der, die sich wahrnimmt dadurch, durch diese anderen Menschen. Und es entstehen, wie gesagt, daraus oder es resultieren daraus eine Menge Möglichkeiten. Und damit ist Begegnung im Kontext des Gesprochenen, des in Sprache Ausgedrückten, das rudimentäre oder die rudimentäre Grundlage von Existenz, von jeglicher Existenz, die sich da begegnet. Also von der Erwartung und den Klischees, nehmen wir mal an, wir begegnen uns ganz neu und dann haben wir gewisse Erwartungen oder wir haben Befürchtungen, also positive und negative Erwartungen. Wird das gut, ist das schlecht, freue ich mich drauf, freue ich mich nicht drauf, bin ich ängstlich geduckt, vielleicht depressiv und all das, in was eben Erwartung sein kann. Und natürlich auch den Klischees, ich sitze da, fremdellend, zunächst mal Etikette äußernd, Freundlichkeiten äußernd, Klischeehaftigkeiten, man sagt ja nichts oder man äußert sich gleich nicht und man öffnet sich nicht sofort, bis hin eben zur Neuentdeckung vollkommen Unbekannten, also Potenziale, die man nie für möglich gehalten hätte in dieser miteinander sprechenden Begegnung. Das ist interessant, ich kann also vollkommen eingefroren sein, geradezu deformiert wirken auf andere Menschen, mich absolut unwohl fühlen und kein Wort herausbringen und wirke nur als elendes, zurückgezogenes Wesen meinetwegen, wenn ich es krass ausdrücke und dann passiert eine Entfaltung außerordentlichen Potenzials und die unendlich schillernden Möglichkeiten einer Persönlichkeit entstehen im Laufe dieser Gespräche. All das ist möglich im Prinzip. Und dadurch wird alles immer wieder neu, vor allem auch spontan neu oder im Sinne der Inspiration inspiriert. Die Inspiration ist immer der Geist, ist immer das, vielleicht sogar das Annähern an etwas Absolutes, also an etwas absolut Verbundenes und allseits Verbundenes, mit dem wir nicht gerechnet haben, dass wir nicht sehen konnten und das ist natürlich eine Wirkung, die innerhalb von guten Gesprächen tatsächlich immer wieder entsteht. Das ist interessant und insofern brauchen wir als Menschen diese starke, sprechende Begegnung miteinander, egal ob das jetzt nur ein Dialog ist von zwei Menschen, ob es vielleicht, wie gesagt, nur der Monolog ist, also das, was ich mit mir selber spreche oder eben daran viele Menschen beteiligt sind. Die vielen Wirkungen guter Gespräche.